Ja, keine Ahnung. Also ich trete meine Rechte an meinen YouTube-Kanälen auch nicht ab. Wollte ich nochmal so Bescheid sagen, egal wer sich da gerne zwischenlockt oder locken will. Kann ich nicht so gut leiden, dass sie denken, dass ich jetzt irgendwie meine Kanäle abtrete, weil die da irgendwie einen Komplott draus machen. Bis dann. Tschüss.